Ja, Christian, wir müssen natürlich aber die Leute jetzt vorwarnen. Also ich würde das jetzt folgendermaßen machen. Ich würde jetzt sagen, Leute, wir lesen jetzt eine kleine Nachricht vor, die wir bei Instagram bekommen haben. Christian, zünden ein paar Kätzchen an. Okay, ich bin mal kurz Ernstmodus. Okay, Ernstmodus. Ernst, Christian, ernst alt. Also erst mal bekommen wir ja wirklich ganz, ganz viele Nachrichten von euch. Und wir lesen wirklich jede einzelne. Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr uns schreibt. Auch gerne mit Ideen für Folgen und so. Bei Instagram gerne, Darwin gefällt das. Und vor ein paar Wochen haben wir eine Nachricht bekommen von einem Hörer, der in kürzester Zeit zum Darwin gefällt das Ultra wurde. Und er schreibt so, er hört überall DGD, irgendwie beim Autofahren, beim Kochen. Immer ist Darwin gefällt das an. Und er schreibt ja, abschließender Fail des Ganzen. Als meine Partnerin dann darum bat, den Podcast doch bitte zumindest während der Zweisamkeit zu pausieren, wusste ich, dass ich mich selbst nun gern als DGD-Ultra betiteln möchte. Also ich versetz mal ganz kurz für alle, die gerade gedacht haben, ich hab jetzt gerade nicht gedacht, also ein Darwini hört DGD beim Sex. Ja. Also da wird nichts stehen und liegen gelassen. DGD bleibt an beim Sex. Schon hart für die Freundin. Also ich kann mir das so krass nicht vorstellen. Uns, also so. Ja gut. Also. Ich kann dir gar keinen Podcast. Also nee. Ja. Also welchen Podcast können wir beim Sex hören? Ähm. Nee, mir fällt nicht mal ein Gag an. Mir fällt nicht mal was Lustiges dazu ein. Vielleicht den TNX-Podcast mit Dirk Steffens oder so. Oh. Maybe. Ganz schwierig. Nee, es ist alles, was man jetzt sagt, ist weird. Stell dir mal vor, Tagesschau in 100 Sekunden. Weird. Challenge accepted. Alles gesagt. Sehr weird. Ja. Sieben Stunden Rezo oder wie lange war der da? 14 Stunden. Nee. Nee. True Crime. Hört einfach keine Podcasts beim Sex. Nee, also ich hab da natürlich länger drüber nachgedacht, dass es auch weird ist. Also einfach für uns, oder ich spreche mir nur von mir. Für mich persönlich, dass meine Stimme gerade, möglicherweise jetzt gerade, läuft, während Leute privat sind. Komisch. Ja. Also ich würde das auch nicht empfehlen. Aber ich glaube, da muss man mit leben. Welche Situationen gibt es noch, wo man DGD hören kann? Welche weirden? Herzchirurgie vielleicht. Stimmt, so im OP oder so. Ja. Und dann wacht einer aus Versehen aus seiner Narkose auf und ist nur so, ist das sehr alt? Macht mich nicht wieder zu. Ich hab keinen Bock mehr. Vor Gericht? Vor Gericht. Genau. Der Richter, der dann so ein heimlich so ein Airpods und einen so einen kleinen Knopf drin hat, weil er kann nicht aufhören DGD zu hören. Das geht nicht. Naja. Wollen wir vielleicht so eine Art sexy Intro produzieren für diese Folge? Wenn man uns jetzt hier beim Sex von Solltee oder bei der Zweisamkeit… Nicht, dass wir jetzt noch andere angestiftet haben. Ja, die nächsten 30 Sekunden sind für euch, Leute. Dann aber, äh, dann ist Schluss und zieht bitte auch die Socken aus. Ja. Danke. Oh, das wär gut. Wir sind Christian Alt und Anna Bühler. Wir erzählen euch jede Woche die Epic-Fails der Menschheitsgeschichte. Ein Epic-Fail haben wir schon am Anfang abgehakt. Wir sind eure kleinen Sex-Mäuse. Eure Sex-Monsters. Wir sind ja gerade jetzt frisch aus der Sommerpause zurück oder aus unserem Beste der 60er- bis 10er-Jahre. Und ich hab heute eine sehr, sehr außergewöhnliche Geschichte mitgebracht. Also, ich hab die gelesen und dachte mir nur so, what the hell. Es ist fast zu krass, um wahr zu sein. Ich nehm dich jetzt mal mit und zwar ins Jahr 1899 und wir sind in Sydney in Australien. Wir sind gerade im Büro von John T. Arundel & Co. Das ist so eine Firma, die mit Rohstoffen handelt. Also Rohstoffe, die in erster Linie auf Pazifik-Inseln vorkommen. Das ist zum Beispiel Cobra. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Cobra gehört hast. Ich muss das googeln. Ist das, äh. Nichts mit Cobra. Okay, okay. Nichts mit P. Mit P, oder was? Mit Cobra, genau. Und zwar ist das das getrocknete Gewebe von Kokosnüssen. Ich hab nie gehört. Ja, da kann man Kokosöl draus gewinnen. Aber ist wahrscheinlich geil für Wörtel oder so. Stimmt. Super Wörtel-Wort. Ja, vielleicht weiß Wörtel, aber das Wort auch nicht. Kennt voll viele Wörter nicht. Also meine erfundenen Wörter kennt Wörtel nie. Also Cobra ist so ein Rohstoff, mit dem gehandelt wird zu der Zeit, aber auch Phosphate. Und die Firma ist im Grunde immer interessiert daran, wenn es plötzlich irgendwo Vorkommen dieser Rohstoffe gibt. Also das wird ja alles ganz oft dann irgendwie entdeckt. Dann ist da irgendwo eine Ausgrabung und dann so, hey, kommt mal hier hin. Da gibt es vielleicht mehr davon und dann kann man damit handeln. Wir spielen also vor dem Haber-Bosch-Verfahren. Ja, das ist nochmal, glaube ich, ein ganz anderer Rohstoff, der ja vor allem für… Düngemittel. Ach so, Düngemittel. Ja, ja, genau. Ja, weil du sagst Phosphate, wäre ja wahrscheinlich der Düngeindustrie eingesetzt. Genau, stimmt. Haber-Bosch erfindet ja irgendwie zehn Jahre später oder 15 Jahre später irgendwie das sogenannte Brot aus Luft. Also wir spielen in einer Zeit, wo Düngemittel noch nicht im Maße überall verfügbar war, sondern es ist noch eine seltene Stoffsondphosphate. Es wird auch heute noch damit gedüngt, kann ich dir sagen, aber natürlich nicht mehr so viel wie damals. Das stimmt schon, das war damals noch nicht möglich, synthetische Düngemittel herzustellen. Deswegen sind Phosphate eben sehr, sehr wertvoll. Man kann damit handeln. Und auch Albert Fuller, der hier in dieser Firma arbeitet, ist quasi an diesen Rohstoffen dran. Albert Fuller ist im Jahr 1899 gerade mal 30 Jahre alt, aber der arbeitet hier schon fast sein halbes Leben. Er hat nämlich mit 18 in dieser Firma angefangen. Schon sein Vater, seine Brüder haben hier gearbeitet. Und an diesem Tag schlendert dieser Albert Fuller so durch das Office und will wahrscheinlich gerade irgendwie in so einen Raum abbiegen und dann so, ah, shit, was war das denn? Hat sich so richtig fies den Fuß gestoßen. So Musikantenknochen fiesmäßig, dass es so richtig reinzieht. Und er denkt sich so, fuck, was war das denn jetzt? Und sieht, er hat sich den Zeh an so einem Türstopper gestoßen. Der stand da halt, um die Tür offen zu halten. Und denkt sich so, was ist das denn hier für ein kleiner Motherfucker? Den gucke ich mir mal ganz genau an. Ist so ein richtig großer, unförmiger Gesteinsbrocken, der da liegt, um die Tür aufzuhalten. Und den guckt er sich an. Irgendwie sieht er so ein bisschen sass aus. Der sieht nämlich aus wie versteinertes Holz. Also es ist nicht ein normaler Stein, sondern es ist irgendwie so komisch, sieht er aus. Und Fuller hat direkt eine Vermutung. Er kennt sich ja aus. Er denkt sich so, warte mal, das sieht aus wie so getrocknetes, festes Phosphat. Er lässt dann den Stein tatsächlich analysieren. Bringt den irgendwie wahrscheinlich in so eine Art Labor. Und Tatsache, der Stein besteht fast zu 100% aus reinem Phosphat. Also er hat im Grunde so ein kleines Stück Gold hier in der Hand. Und Fuller ist jetzt lang genug in dieser Firma, um zu wissen, was er jetzt macht. Er muss nämlich sofort nachchecken, okay, wo kommt dieser Stein her? Warum liegt der hier? Er fragt Kollegen rum und so. Und dann stellt sich raus, Henry Danson, das ist ein Kollege von ihm, der hatte diesen seltsamen Stein so drei Jahre vorher bei einer Reise auf Nauru gefunden. Nauru, denkt sich jetzt Fuller. Aha, aha. Wenn es da einen so einen Stein gibt, dann gibt es ja vielleicht noch mehr von dem Zeug. Das ist im Grunde der Anfang einer Geschichte. Und wenn ich mit dieser Geschichte fertig bin, dann wirst du dir wünschen, dass Fuller sich nie den Fuß gestoßen hätte. Wirklich. Denn dann wäre der Pazifikstaat Nauru einer riesigen Katastrophe entkommen. Ach so, und auch der russischen Mafia. Ach ja, cool. Ja, die kommt nämlich dann später auch noch ins Spiel. Aber pass auf, Fuller lässt jetzt erstmal diesen Stein untersuchen, merkt halt, okay, der kommt aus Nauru. Und Nauru ist eigentlich so voll die schöne Insel, liegt im Südpazifik, ist so westlich von Papa Neu-Guinea. Und was man sich bei Nauru auch immer gut merken kann, ist es der kleinste Inselstaat der Welt, aber der drittkleinste Staat der Welt. Nach? Der Vatikan auf jeden Fall. Das ist der kleinste. Und dann dazwischen liegt noch Monaco. Ah ja. Genau. Und dann kommt schon Nauru. Also es ist so mini, 20 Quadratkilometer nur groß. Alter. Das ist irgendwie, ich habe das im Vergleich zu Sylt gesehen. Ich glaube, das passt irgendwie mehrmals in Sylt rein. Also es ist wirklich absurd klein. Es ist so groß wie so ein Unicampus, so durchschnittlicher. Das ist die ganze Insel, der ganze Staat. Da leben auch weniger als 10.000 Menschen. Mittlerweile, glaube ich, also heute sind es 10 bis 12 oder so. Damals natürlich noch weniger. Nauru wurde früher auch Pleasant Island genannt. Also es ist wirklich irgendwie super schön da halt einfach, wie man sich eine Pazifikinsel vorstellt. 1888 ist es übrigens von den Deutschen annektiert worden. Das ist dann quasi ab da auch in Kolonialbesitz. Hä, was haben wir denn da verloren? Also Entschuldigung. Du kannst so, hä, wo kommen wir denn da her? Ich glaube, also ja. Also wir, Entschuldigung. Wir. Wir, wo kommen wir denn da her? Ich glaube irgendwie alles im Pazifik ist immer interessant, wenn man denkt, wenn nochmal ein Krieg kommt oder so. Oder? Dann hast du da einen guten Stützpunkt, habe ich mir gedacht. Ich weiß es nicht. Oder es ist halt wieder dieses, das hatten wir ja schon mal bei Coconuts in unserer Folge vor einem Jahr ungefähr. Wo es auch darum ging, dass man so ein Paradies in der Südsee schafft. Für die Leute, die im armen, kargen, grauen Deutschland leben. Dass man sagt, hey, da haben wir jetzt auch noch einen Ort, wo ihr hingehen könnt. Das gehört jetzt auch uns oder so. Oder wie Malle. Wie Malle, genau. Das 17. Ja, auf jeden Fall wird es vom Deutschen Reich annektiert, 1888. Und das ist auch die Zeit, als Albert Fuller dann eben aufmerksam wird auf Nauru. Anfang des 20. Jahrhunderts reist Fuller dann nach Nauru, um nachzusehen, ob seine Vermutung stimmt, ob da noch mehr von diesem Phosphat ist. Ja, tatsächlich findet er genau das, was er vermutet. Er findet raus, dass es hier wirklich umfangreiche Phosphatvorkommen gibt. Also im Grunde ist die ganze Insel Phosphat so mehr oder weniger. Du hast ja schon gesagt, okay, warum braucht man Phosphat? Was ist daran interessant so? Ja, man kann Düngermittel draus machen. Weißt du auch, wie es irgendwie entsteht? Nee. Also tatsächlich ist das ein Mineralstoff, der natürlich vorkommt, aber tatsächlich viel Phosphat entsteht dadurch, dass Vögel das auskacken und dann verhärtet das. Also es ist im Grunde, kann man aus Scheiße Gold machen. Okay. Trifft das so auf sämtliche Tierausscheidungen? Also könnte ich, wenn ich jetzt so eine Güllefabrik habe oder so, Kühe, Schweine, kann ich daraus auch Phosphat machen? Ganz genau weiß ich es nicht, Christian. Aber ich kann es jetzt nicht ausschließen, dass es auch in Menschenkot oder auch in Kot von anderen Tieren vorkommt. Also es wird aus Guano gewonnen und das ist in den abgelagerten Exkrementen von Seevögeln vorhanden. Nauro ist wirklich seit Jahrtausenden bekannt als Brutstätte für so Seevögel. Deswegen kacken die natürlich total viel dahin. Seit Jahren, seit Jahrzehnten trocknet das da fest. Und das ist halt so eine chemische Reaktion, die da mit den Kalkböden der Insel stattfindet. Und unter tropischen Witterungsbedingungen ist halt quasi der perfekte Calciumphosphat-Auffangtiegel. Und das weiß auch Albert Fuller. Er wittert hier natürlich dann großes Geld, weil es wird für die Düngermittelherstellung gebraucht, dieses Phosphat. Der steigt ja so aus. Das ist alles voll geschissen. Ja. Also 90 Prozent des weltweit abgebauten Phosphatgesteins wird in der Landwirtschaft immer noch zur Herstellung von Phosphordüngermittel benutzt. Und der Rest wird tatsächlich für Batterieherstellung, für Stahlherstellung auch gebraucht. Halbleiterherstellung, Computerchips und so. Dafür braucht man Phosphat auch. Also das ist so, wofür man es heute noch außerdem verwendet. Wir haben also praktisch eine Insel, eine Insel mit einem sehr, sehr reichen Ressourcenvorkommen, eine Ressource, die man unbedingt braucht. Ja. Und wahrscheinlich eine Bevölkerung, die sich denkt, meinen vollgeschessenen Felsen kannst du haben. Ja, genau. Also natürlich, die sitzen auf etwas, aber es ist leider anfangs natürlich so, dass diese Insel nicht den Bewohnern gehört. Die ist ja unter deutscher Verwaltung. Das heißt, Albert Fuller weiß auch, dass er jetzt als erstes mit dem Deutschen Reich wahrscheinlich irgendwie einen Vertrag machen muss, um zu gucken, wie er das hier abbauen kann. Und das macht er auch. Er geht zur deutschen Verwaltung, macht einen Vertrag. Und eigentlich sind natürlich die Kolonialmächte, sind jetzt wahrscheinlich super happy, dass sie hier so einen Glücksfang hatten. Ja. Weil die haben das wahrscheinlich aus anderen Gründen sich diese Insel gesichert. Aber jetzt ist es auch noch so, ja geil, dann lass uns das hier mal ausbeuten. Also abbauen meine ich natürlich. Abbauen, nicht ausbeuten, Entschuldigung. Und 1906 wird dann tatsächlich angefangen, im großen Stil Phosphat abzubauen auf dieser Insel. Es kommen dann noch Arbeitskräfte aus China und aus anderen Ländern, wo man günstig irgendwie Leute auch ausbeuten kann. Die kommen dann alle hier in diese Pazifikstaaten, weil Fuller hat auch noch eine andere Insel gefunden, wo er es macht. Ja, und dann wird hier im großen Stil ausgebeutet, also abgebaut. Ich habe auch noch ein aussagekräftiges Zitat von einem australischen Anwalt dabei, der auch diese Insel dann geprüft hat und versucht hat, diese Deals zu machen. Und er hat gesagt, Nauru ist eine Insel aus Scheiße. Sie sieht aus wie Scheiße, sie riecht wie Scheiße. Aber wenn sie Geschäftssinn haben, können sie in diesem Land ganz schnell eine ganze Menge Schotter verdienen. Also es ist natürlich hochgradig despektierlich und den Menschen gegenüber, die da wohnen und dort leben unterirdisch, zeigt auch den Blickwinkel, den Kolonialmächte oder auch Mächte wie Australien auf dieser Inseln haben. Ich habe noch eine Frage zu der Lage dieser Insel. Du hast eben gesagt, da sind andere Inseln noch drüber rum. Was ist denn der Grund dafür, dass ausgerechnet diese Insel so vollgeschissen ist? Also die Flugrouten der Vögel, ist es die Kolonialmächte? Also okay. Ja, das ist echt eine gute Frage. Also die andere Insel, wo dieses Phosphatvorkommen auch so immens ist, heißt Banabar. Da wird auch dann sofort angefangen abzubauen. Ich weiß nicht, die Nachbarinsel, was gibt es da noch? Fiji oder so. Und da gibt es natürlich ganz viele Atonga, ganz viele Atolle gibt es da noch. Aber ich weiß nicht genau, wie die Situation dort ist. Es wird wahrscheinlich ähnlich sein, aber vielleicht ruhen auch mehr Leute oder vielleicht sind es ein bisschen dichter bebaut oder so. Wahrscheinlich waren die Bedingungen auch deswegen auf Nauru so gut, weil da halt viel freie Fläche ist, weil sehr, sehr wenige Leute da leben. Einfach viel Vollscheißen, das ist ja super. Ja genau, aber wie geht es jetzt auf Nauru weiter? Also 1906 fangen sie halt an, hier langsam so ein bisschen zu graben und das Phosphat dort irgendwie wegzuschaufeln. Irgendwann bricht der Erste Weltkrieg aus und danach sind die Karten aber erstmal neu gemischt. Also es gibt den Versailler Vertrag 1919. Das bedeutet dann, ist Deutschland nicht mehr Kolonialmacht. Die sollten ihre ganzen Kolonien aufgeben. Das heißt, ab da übernimmt Australien, Neuseeland und UK die Verwaltung von Nauru. Und diese drei Regierungen sind dann halt sofort so, okay, wir müssen auf dieser Insel weiter mit dem Phosphat machen. Das ist jetzt unsere Chance. Sie gründen die British Phosphate Commission, die BPC. Die hat sich im Grunde die komplette Verwaltung dann der Gewinnung und des Exports von Phosphat verschrieben und da wird dann richtig Kohle gemacht. Übrigens der neuseeländische Kommissar für die BPC, für diese neue Firma, die da gegründet wurde, ist Albert Fuller wieder. Also der bleibt wirklich von vorne bis hinten hier im Game drin. Die BBC verkauft dann Dünger an europäische Länder, aber eben auch an die eigenen, also an Australien, Neuseeland und UK. Und in Australien ist es sehr, sehr wichtig, weil da sind die Böden ja zum Teil wirklich sehr nährstoffarm. Also das ist ja auch viel Wüste und so. Und die verkaufen dann quasi in ihren eigenen Ländern das sehr, sehr viel billiger. Das heißt also die heimischen Bauern profitieren da immens von. Also ich weiß nicht genau, wie es jetzt in Australien mit der Landwirtschaft heute aussähe oder dann im Laufe des 20. Jahrhunderts ausgesehen hätte, wenn die dort nicht so günstig und viel Phosphat hätten abbauen können. Das ist wirklich für die ein absoluter Game Changer gewesen. Das heißt also, sie schieben sich das im Grunde in die eigenen Taschen, verkaufen aber eben auch viel ins europäische Ausland. Also es ist wirklich ein richtig riesengroßes, fettes Geschäft. Und das alles, weil es eine kleine 20 Quadratmeter große Insel gibt, wo dieses Vorkommen ist. Im Zweiten Weltkrieg nimmt Japan dann die Insel ein. Da ist es tatsächlich irgendwie ein geopolitisch wichtiger Standort, Nauru. Die lagern da irgendwie ihre Kriegsschiffe, bauen da glaube ich auch so Flughäfen für Jets und so hin. Also Nauru hat schon irgendwie, finde ich, wenn man sich die Geschichte anschaut, schon ein ganz schön hartes Schicksal. Weil eigentlich total, also es wird einfach nur benutzt. Es wird wirklich benutzt, echt richtig dirty. Aber die BBC bleibt. Das ist eine Stelle, wo man wieder Sex haben kann. Dann können wir wieder einen kleinen, wollen wir eine erotische Jingle hier einspielen? So. Zweiter Weltkrieg ist auch vorbei. Ey, keine Ahnung, wenn Leute DGD hören beim Sex, dann vielleicht finden die auch Kampfjets gold. Moment, don't get me started. Okay, wow, okay. Top Gun Maverick. Ist beim Sex an. Ist an beim Sex. Immer. Aber nur die Szenen mit den Jets. Nicht die, wo sie Volleyball spielen. Ich habe doch zusammen schon im Supercut gemacht. Nicht die Volleyball-Szenen. Wir laufen nur die Volleyball-Szenen. Ich habe Supercut Volleyball. Wollen wir mal tauschen? Also, nach dem Zweiten Weltkrieg hat aber diese BPC, diese britisch-australisch-neuseeländische Firma immer noch das Bonopol auf den Phosphatabbau. Und die Gewinne sind wirklich immens. Also, Anfang der 60er, wir sind jetzt schon gut zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Anfang der 60er ist eine Tonne Phosphat rund 40 australische Dollar wert. Und im Jahr wurden rund eine Million Tonnen aus dem Inneren dieser winzigen Insel gesaugt. Also, eigentlich, die Insel müsste in sich zusammenfallen wie eine Rosine. Ja. Ist eigentlich nichts mehr da. Es ist echt schlimm. Dieses Düngermittel aus Nauru wird weltweit verkauft, macht Äcker überall fruchtbar. Ja, und dieser Raubbau an dieser Insel macht wirklich diese wunderschöne, wie hieß es, Pacific, super. Pleasure Island. Pleasure Island, danke. Dieses Pleasure Island macht es wirklich zu einer Mondlandschaft, heißt es dann irgendwann. Also, es ist wirklich, diese Insel soll danach gespenstisch aussehen. Es ist echt traurig. Und es ist wirklich, also ich meine, man kann es nicht oft genug sagen, aber wir haben so viele Geschichten darüber, wie Kolonialismus, dass also seine absolute Fratze zeigt. Und das ist ja hier so wirklich so, kann es schlimmer sein. Kommt denn, also wenn du da diese Insel immerhin ausnimmst, also so nimmst du diese Insel aus, Raubbau, kommt irgendwas von der Kohle bei den Leuten an? Pass auf, weil jetzt nimmt die Geschichte eine ungeahnte Wendung und jetzt wird es geil. Also, 1941, das hat jetzt gar nichts mit der Geschichte zu tun, aber ich möchte kurz Albert Fuller einmal verabschieden. Der stirbt. Adieu. Ciao Fuller. Danke, dass du dir den Fuß gestoßen hast. Ja. Fuck you. Der stirbt, also er kriegt zu seinen Lebzeiten nicht mehr mit, was für einen unfassbaren Turn diese Geschichte noch nimmt. 1968 nämlich erlangt Nauru die Unabhängigkeit. And here we are. Jetzt werden Rockstars geboren auf dieser Insel, weil da sind jetzt Leute, die plötzlich immer noch diesen Schatz unter ihren Füßen haben. Und dieser kleine Inselstaat übernimmt jetzt die alleinige Kontrolle über die Phosphatindustrie. Und endlich bekommt dieses Land auch was es verdient. Also ich glaube, das ist wirklich so ein richtiger geiler Feiermoment für die Leute da. Man gönnt es ihnen ja auch, wirklich nach Jahren der Ausbeutung, nach diesen Kriegen, nach immer fremdgesteuert sein unter Kolonialverwaltung und so weiter. Nach wenigen Jahren nur, es dauert wirklich wenige Jahre, ist Nauru reich. Und ich meine, reich. Ich meine, die sind so unfassbar reich. Der Verkauf von Phosphat bringt Nauru in den 70ern schätzungsweise bis zu 87 Millionen Euro pro Jahr ein. Jetzt musst du dir überlegen, da wohnen 7000 Leute. Es ist plötzlich, nach nicht mal zehn Jahren, 68 sind sie frei quasi, und fünf bis sechs Jahre später ist es eins der reichsten Länder der Welt, wenn es nach Pro-Kopf-Einkommen geht. Den Menschen dort geht es richtig, richtig gut. Und ich sage dir jetzt mal, was da alles passiert. Also ich beschreibe dir jetzt mal quasi eine Welt, in der Geld wirklich keine Rolle spielt. Und nicht nur für die Top-1% der Superverdiener, sondern wirklich für alle. Die Regierung hat jetzt natürlich viel Geld erstmal. Die setzt ein richtig cooles neues Sozialsystem auf. Da gibt es wirklich vernünftige Dinge, die eingeführt werden, wie kostenlose Bildung, gute Gesundheitsversorgung, Busverbindungen, die geschaffen werden, Strom- und Wasserversorgung umsonst und gut und gereinigt und so. Die Regierung subventioniert Mieten, es gibt kostenlose Medikamente, der Wohnungsbau wird gefördert. Schön, ne? Also das sozialdemokratische Herz hüpft. Super. Der Staat macht aber auch unvernünftige Dinge, weil es ist ja viel Geld da, da machen wir auch sowas wie gar keine Steuern mehr. Lol. Bin ich irgendwie ein bisschen bold, aber okay. Dann, wir würden einfach zu euch nach Hause kommen und eure Häuser und eure Toiletten putzen. Wäre gut, oder? Ja. Ja, umsonst. Wir schicken Leute und putzen private Toiletten. Okay. Weird. Aber ja, macht mal. Wir würden euch auch Kinobesuche spendieren. Einfach so, okay, Leute können umsonst ins Kino, ja, ist ja irgendwie witzig. Dann werden auch so Arbeitsplätze geschaffen, die eigentlich niemand braucht. Zum Beispiel werden hunderte Polizisten eingestellt, obwohl es auf dieser Insel praktisch keine Kriminalität gibt. Aber da stehen jetzt ganz viele Menschen mit so einem Uniform so. Morgen. Hallo. Hab einen Job auch. Hab einen Job. Hallo. Dann kauft die Regierung in Australien unter anderem ganz viele Hotels. Ganze Stadtviertel werden da gekauft. Einfach wahrscheinlich, weil sie es können. Für vier Millionen Dollar hat sich Nowdown auch so ein kleines eigenes Musical am renommierten Londoner Strand Theater gegönnt. Weil Unterhaltung ist key. Keine Ahnung. Da haben sie sich das dann auch noch gekauft. Es werden sinnvolle Sachen gemacht. Aber dann haben sie anscheinend noch so viel Geld übrig, dass denen nur noch Scheiße einfällt. Es wird einfach so absurd bescheuerte Sachen werden gekauft. Das klingt ein bisschen wie wenn du Monopoly spielst und du kriegst nur die geilen Karten. Weil so Bankvorträge zu deinen Gunsten, sie haben in einem Schönheitswettbewerb gewonnen. Genau so was. Ich kaufe die komplette Schlossallee und so. Ja, voll. Ja, einfach ballern. Das ist wirklich so. Es könnte dieses, es wird ein Musical aus deinem Leben gemacht. Das könnte eine Karte bei Monopoly sein. Wirklich. Ja, okay. Jetzt hat aber ja nicht nur der Staat Kohle, sondern auch wirklich die Leute dort. Also wirklich jeder in diesem Land ist reich. 7000 Leute sind einfach reich. Also das Pro-Kopf-Einkommen in Nauru erreicht in den 1970ern so komplett seinen Höhepunkt. Da sind es schätzungsweise 31.000 US-Dollar. Es ist super schwierig, das nachzuvollziehen, was das jetzt heute wäre. Oder was es in Deutschland damals war, weil Deutschland war geteilt. Dann gab es noch Mark und so. Ich habe trotzdem ungefähr versucht, es umzurechnen. Also 31.000 US-Dollar haben wir hier auf Nauru. Und in Deutschland waren es umgerechnet wahrscheinlich so 20.000 Euro pro Kopfeinkommen 1970, also in Westdeutschland. Die Leute machen mit dem sehr, sehr vielen Geld, was ihnen zur Verfügung steht, sehr, sehr unvernünftige Dinge. Also wer kann es ihnen verübeln? Die gehen shoppen. Villa? Geil. Villa? Willig. Villa? Willig? Brot? Ja. Warum nicht? Mehrere? Okay. Autos? Auch geil. Nur Luxuskarren. So im Schnitt haben die Leute sechs Autos. Okay. Nur so krasse Sportwagen. Und tatsächlich gibt es so diese Storys. Also ich meine, die Insel ist nicht groß, ja? Stellst du dir vor, jeder hat sechs Autos im Schnitt. Die haben anscheinend mehr Autos als Straßenkilometer. Du weißt gar nicht mehr, wohin mit den Autos. Und du kannst ja auch nirgendwo hinfahren. Also du hast dann so ein Riesengeeep und fährst halt einen Kilometer im Kreis und dann ist halt Schluss. Ist das spannend für Sozialforschung, ey. Ja, richtig, richtig interessant. Gibt es diese Studien so, was ist Armut? Oder was ist die Definition von Armut? Da gibt es so, glaube ich, zwei unterschiedliche Definitionen. Das eine ist so absolute Armut. Und da sagst du, okay, ich bin zu arm, um wirklich was zu essen. Also so, wo es einfach an die Existenz geht. Und das andere ist so relative Armut, wenn du das Gefühl hast, ey, mein Nachbar, der hat so viel mehr. Guck mal, ich habe nur einen Golf und der hat irgendwie einen Porsche und noch ein zweites Auto. Der hat irgendwie einen Anbau. Ich fühle mich im Vergleich zu meinem Umfeld arm. Und das dürfte ja fast kaum der Fall sein, weil alle reich sind. Ja, sie sind alle nur so am Sportwagen tauschen. Es gibt dann so Anekdoten auch, dass wenn du ein paar Kilometer fährst und dein Auto irgendwie eine Panne hat, dann lässt du es einfach stehen und kaufst dir ein neues. Deswegen, also es ist anscheinend, ich reife jetzt schon mal ein bisschen vor, aber wenn du heute nach Nauro fährst, dann gibt es anscheinend wirklich häufig den Fall, dass du irgendwie an einem Straßenrand so ein richtig altes, fites, verrostetes Luxusauto stehen siehst. Irgendwie so einen alten Rolls Royce oder so. Es ist wie so ein Museum. Geil. Das ist crazy. Ja, genau. Also die Leute, die gönnen sich richtig was. Es gibt also Storys, dass auf Partys Dollarscheine als Klopapier angeboten wurden, dass du damit einfach literally den Arsch abwischst. Das waren so die goldenen 70er auf Nauro, müssen richtig heftig gewesen sein. Also auch die Partys. Also ich würde es mir nicht vorstellen. Ja, und natürlich wird dann richtig geil gegessen. Und das ist auch noch so eine ganz interessante Entwicklung. Also du musst dir vorstellen, vorher war es quasi so ein kleiner Inselstaat. Viele der Menschen, die dort gewohnt haben, haben auch von der Fischerei gelebt. Und auch im Grunde die Ernährung, die war auch natürlich sehr, also gesund. Also viel Fisch wurde gegessen, viel Kokosnuss, pflanzliche Ernährung gepaart mit quasi Meeresfrüchten. Jetzt plötzlich haben sie halt natürlich auch die Kohle, sich den ganzen Scheiß zu importieren, der geil ist. Also der geil schmeckt, aber natürlich auch sau ungesund ist. So ganz viel fettiges Essen aus Australien, Ami-Style halt, Burger, Fleisch. Chili-Cheese-Pommes. Chili-Cheese-Pommes, Fett und Zucker, Marundächer. Aber klar, kann man sich ja mal gönnen. Es gibt so einen Artikel in der Bild-Zeitung von 1973. Und zwar wird der getitelt mit Paradiese, gibt's die? Und da gibt's so einen kleinen Unterton, wo es heißt, ein Paradies gibt es bestimmt. Es liegt 2900 Kilometer nordöstlich von Australien, mitten im blauen Pazifik. Es heißt Nauru. Auf dieser Insel braucht man keinen Finger zu rühren. Also es hat sich rumgesprochen. Auf Nauru sind die Leute reich. Sie haben alles, ihnen wird alles nachgetragen und glücklicher kannst du sozusagen nicht sein. Es läuft so richtig in den 70ern und auch in den 80ern, aber in den 90ern, da ist der Rausch so langsam vorbei und ein bisschen Katerstimmung hält Einzug. Schon 1968, also als Nauru unabhängig wurde, wurde ihnen eigentlich gesagt so, hey, ihr sitzt hier auf dieser Insel, hier gibt's viel Phosphat, aber das ist irgendwann auch leer. Ja, wir geben euch ungefähr 30 Jahre und nach 30 Jahren, da müsst ihr mal gucken, also dass es irgendwie nachhaltig gestaltet wird. Überlegt es euch, ihr wisst Bescheid. Und genau so ist es dann halt auch. Also in den 90ern ist langsam der Ofen aus. Hätte man jetzt die 70er auch anders verbringen können, hätte man auch sagen können, alles klar, also wir machen jetzt mal einen Sparplan. Genau. Wir haben unser Knackskonto und so. Genau. Ja, das wäre schlau gewesen. Ja. Aber es war halt zu geil. Ich glaube, man lässt sich einfach von der Geilheit des Reichtums, das ist was ganz, ganz Menschliches, glaube ich. Aber da hätten halt ein paar Leute irgendwie am Hebel sitzen müssen und sagen sollen, okay, das mit der Bildung ist gut, Wohnungsbau ist gut, den Rest sparen wir, den legen wir an oder wie auch immer. Du, wenn es in 150 Jahren Davin Gefällt, das noch gibt, dann sagen das Leute auch über uns jetzt mit dem Klimawandel. Ja, wir wussten es alle Bescheid, aber es war wieder zu geil. Und die Leute, die so, ey, mit Ryanair noch mit 30 Euro nach Mallorca. Es war zu geil einfach. So noch heiß. Genau. Also in den 90ern zeichnet sich so langsam ab, dass diese Prognose 30 Jahre zuvor wahr war. Die Regierung hat nebenbei auch noch wirklich andere blöde Fehlinvestitionen gemacht und Nauru geht halt das Geld aus. 1993 steht die Regierung am Rande der Zahlungsunfähigkeit. Es ist der Absturz von einem Fiebertraum. Wirklich, so. Also stell dir vor, du warst das reichste Land der Welt, aber dann ist die Quelle, die dich so reich gemacht hat, ist leer. Ja, jetzt muss Mitte der 90er, muss sich die Regierung von Nauru überlegen, wie kann ich schnell viel Geld verdienen? Aus Ideen. Was machen wir jetzt? Scheiße. Internet. Internet. Ja, haben wir noch nicht. Da sind wir noch nicht. Also ich würde jetzt mal den Prakti im Finanzministerium jetzt mal kurz spielen. Also ich bin jetzt hier, ich mache gerade Praktikum, bin im Finanzministerium von Nauru. Und ich habe jetzt gerade, die anderen sind alle im Urlaub, ist Sommer. Ich habe aber drei Wochen Zeit, mir ein paar Ideen auszudenken, wie man Nauru wieder reich machen kann. Und ich habe da einfach mal gebrainstormt. Ich saß da und habe mir ein paar Pitches aufgemalt. Ja. Elevator Pitch 1, okay. Also meine Idee wäre es, Ausländern die Möglichkeit zu geben, online eigene Offshore-Banken hier zu gründen. Und das Besondere aber an meinem Pitch ist, dass wir dann noch ein paar Gesetze vorher erlassen, damit bei den Geschäften auch wirklich alles ganz geheim bleibt. Also dass es super safe ist, dass hier nichts nach draußen kommt. Geil, wie die Cayman Islands oder so. Genau, genau. Wie findest du? Super Idee. Geil, weil Geldwäsche wäre auch einfacher dann. Super geil. Cool, okay. Machen wir das. Ich habe noch eine zweite Idee. Elevator Pitch 2. Also wir stellen allen, die wirklich viel, viel Geld zahlen, Diplomatenpässe aus. Wie findest du? Die können wir richtig teuer verkaufen, aber jeder, der will, kriegt einen. Ja komm, machen wir auch, oder? Ich habe noch einen dritten Pitch. Das ist tatsächlich eine gute Idee, das zweite. Bin ich voll smart. Hat sich praktisch ausgedacht. Ja, voll smart. Elevator Pitch 3. Pass auf, noch eine Idee, wie man jetzt schnell an Geld kommt. Also meine letzte Idee wäre jetzt, wir lassen die Leute hier richtig viele Briefkastenfirmen hinsetzen. Ist ja im Grunde Cayman Islands, ne? Ja, geil. Ja, und genau all das, also Elevator Pitch 1 bis 3, all das passiert auf Nauru. Nice. Geldwäsche wird ganz schnell hier so Volkssport. Also laut einem russischen Banker hätten die russische Mafia im Jahr 1998 dort 70 Millionen Dollar in Nauru gewaschen. Also das wird halt der Geldumschlags, Geldwäscheplatz Nummer 1. Die russische Mafia ist hier ganz oben am Start, ganz schnell. Die Financial Action Task Force, das ist so eine Kommission, nenne ich es jetzt mal, die gegen Geldwäsche auch vorgeht. Die sagt, Nauru ist auf der Liste der 15 unkooperativsten Länder, wenn es darum geht, Kampf gegen Geldwäsche zu betreiben. Nauru wird natürlich zum Steuerparadies, ist ja klar, Briefkastenfirmen siedeln sich dort an und so weiter. Bis 2003 hatte Nauru anscheinend mehr als 1000 Investorenpässe ausgestellt. Also im Grunde gegen Geld, einfach Pässe und zwar Investoren- und Diplomatenpässe, die Leute auch diplomatische Immunität gewähren. Wahrscheinlich, ist es nicht ganz belegt, aber wahrscheinlich haben einige Mitglieder von Al-Qaida auch so einen Pass. Ach ja, cool. Sehr praktisch. Für die. Kann man ja auch noch Flugstunden anbieten oder so. Zwecks Terror. Ja, ist geil. Richtig. Also denen wird tatsächlich auch vorgeworfen, Terror damit zu finanzieren und zu unterstützen. Also es gibt unfassbar viele internationale Sanktionen dann auch gegen Nauru, weil sie im Grunde alles, was schlecht ist, wird auf dieser Insel plötzlich unterstützt, vereinfacht, angeboten, geradezu. So, auf dem Silbertablett serviert. Anfang der Nullerjahre steht Nauru wirklich ganz oben auf der Liste der Schurkenstaaten, also sie sind komplett unten durch. Kompletter Absturz. Ja, leider geht es auch den Menschen auf Nauru nicht mehr so gut wie früher. Also klar, es ist irgendwie alles ein bisschen schwieriger geworden. Es ist da so eine kleine Schattengesellschaft irgendwie oder ganz viel Schattenbusiness auf jeden Fall gewachsen. Und wenn du heute auf die Insel gehst, dann siehst du eben, was da mal war. Aber es ist alles natürlich nicht mehr erhalten. Die Villen sind nicht mehr erhalten. Die Autos, von denen ich erzählt habe, da stehen halt Wracks am Straßenrand. Und das alles auf diesem kleinen, kleinen Mini-Inselchen, auf dem ja auch 70 bis 80 Prozent Mondlandschaft mittlerweile sind. Also 70 bis 80 Prozent dieser Insel sind komplett verrottet. Wegen dieses Phosphatabbaus. Ja, die Menschen mussten dann wieder zurück und gehen zu ihren alten Jobs sozusagen. Viele leben jetzt wieder von der Fischerei. Aber es ist natürlich ein hartes Leben jetzt. Und dazu gibt es auch noch eine richtig traurige Geschichte. Und zwar gab es 2010, also den letzten Bericht der WHO, den ich jetzt dazu gefunden habe, der ist von 2010. Die Weltgesundheitsorganisation hat herausgefunden oder hat eine Statistik veröffentlicht, in der es heißt, dass auf Nauru 97 Prozent der Männer und 93 Prozent der Frauen übergewichtig oder adipös sind. Und einige ExpertInnen ziehen tatsächlich Rückschlüsse auf den Reichtum durch den Phosphatausbau. Das heißt also, dass da ganz viel Nahrung auf diese Insel gekommen ist, die die Menschen dort nicht gewohnt waren. Es war nur Zucker, nur Fett und das halt alles im Überfluss. Und viele sagen halt, okay, diese gesundheitliche Misere, diese hohe Rate der adipösen Menschen, die es auf Nauru jetzt gibt, hängt damit zusammen. Ja, ich muss sagen, diese Story, ich finde, die hat so viele Turns, mit denen man nicht rechnet. Also ich fand es so überraschend, wie sowas möglich sein kann und wie schnell es auch geht. Also A, wie schnell man reich sein kann als Land und wie schnell du abstützen kannst. Also ich finde es so interessant, dass die, also dass die das gar nicht schlau angelegt haben. Ja. Also das ist einfach so, es gibt ja andere Beispiele, sorry, von Ländern, die es schlauer gemacht haben. Also Norwegen oder so, die bauen ja massiv Öl einfach ab. Die haben ja dieses ganze Ölvorkommen in so eine gemeinschaftliche Stiftung gepackt, wo sie die Norweger an sich einfach reich machen, so und da Dinge subventionieren. Und ich habe das Gefühl, sie ist schlauer angelegt als jetzt, geil, lass mal einen Porsche kaufen. Nein, sechs. Ja, okay, oder lass mal deine Toilette putzen. Also so, nein. Ja, ich glaube auch, wenn sie gewusst hätten, wo das hinführt, weil sie wussten eigentlich, wo es hinführt. Das weiß man schon. Sie wussten, dass es endlich ist, dass die Quelle irgendwie bald erschöpft sein wird. Das ist eigentlich voll die geile Boomer-Story, weil irgendwelche Boomer einfach die krasseste Party ihres Lebens. Ja, stimmt. Und so andere Generationen müssen es jetzt ausbaden. Bestimmt. Und die Boomer so, ich bin mal tot, I don't care, schick. Ja, I don't care. Ja, wir hatten richtig, wisst ihr noch, die 70er, 80er, wie geil war das denn? Rock'n'Roll. Ich hatte die geilsten Autos. Ich hatte die geilste Villa. Boah, haben wir gefressen. Boah. Wie, du kannst ja kein Haus leisten. Das ist ja komisch. Hast du dir eigentlich schon mal den Arsch mit dem Geldschein abgeputzt? Also, insane. Ich glaube, würde ich das in einem Film sehen, würde ich sagen, ja, okay, also Kapitalismuskritik verstehe ich, aber so krass. Nee, irgendwie. Es erinnert mich so ein bisschen an diesen Film Triangle of Sadness, der ja auch so eine unfassbar verrückte, eigentlich viel zu übertriebene Kapitalismuskritik ist, weil es ja auch um so überreiche Leute geht, die auf so einem Luxusdampfer irgendwo auf dem Meer schippern und sich einfach nur das Beste vom Besten gönnen und dann eben von Piraten überfallen werden. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber eigentlich ist die Geschichte von Nauro genau das, aber echt. Und sie haben sich selbst überfallen. Und sie haben sich selbst überfallen, ja, genau, genau. Ja, ich glaube, wenn Albert Fuller gewusst hätte, was er auslöst mit seinem gestoßenen Zeh, er hätte es genau so gemacht. Er hat es genau so gemacht. Es wäre einfach ihm scheißegal gewesen. Wenn man sich vorstellt, also so, die hatten jetzt zwei geile Jahrzehnte, aber Albert Fuller und Co. hatten vorher sechs geile Jahrzehnte mit Abbau auf dem Nauro. Stimmt, ja, ja, voll. Nee, der ist gestorben, als es am besten war. Er hat gedacht, ey, ich habe hier was entdeckt. Er hat es irgendwie ins Geschichtsbuch geschafft und er dachte, gut, aber nein, es hat noch eine Wendung genommen. Ja, wenn ihr Feedback für uns habt oder wenn ihr einfach sehen wollt, was wir für sonstigen Quatsch zu machen im Internet, dann folgt uns bei Instagram, da findet ihr auch Begleitmaterial zu unseren Folgen. Und da halten wir euch auch auf dem Laufenden, was bei uns sonst so geht. Da bin ich gefällt, das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Recherche Anna Bühler. Produktion und Redaktion Lina Kempenich. Audio-Produktion Joé Fleischauer. Zum Team gehören außerdem Schalker Tätik, Luna Laufer, Stefanie Buchholz und Pauline Klaassen. Intro-Musik Robert Sladecek. Darin gefällt das mit Anna und Christian.